Aus der CNC Niklas Krehling mit 1,7. Und man sagt ja manchmal, mit bestem Kopf zum Schluss mit 1,3. Absoluter Spitzenreiter dieses Jahr, Lisa Marie Neuhaus. Aber die 5 stehen nur stellvertretend für euch. Okay, herzlichen Glückwunsch. Wobei das jetzt reiner Zufall war, dass das vier Jungen und ein Mädchen war. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020